Das Weihnachtsschmankerl, ja früher war es oft kein leichtes Leben, da hat es in Krieg halt nicht viel gegeben. Beim Essen hat fast jeder gespart, für die Eltern war es da wirklich hart. Da wenn was, das waren die schönsten Stunden, hat jeder unter den Christbaum gefunden. Für die Schwester, das alte war ganz gepflegt, hat Mama eine neue Schwester gestrickt, auf das Wagerl aus einem Spreißlholz, da war mein Papa mächtig stolz. Aus Kekselbacher hat man gerachen, am letzten Geld in der Woche. Was besonders hat uns die Mama gemacht und auch mein Magen zum Juheln gebracht. Der Heiligabend war heute erst schön, mit heißen Würsteln, Samf und Krähen. Heute können sie ja, da schaut die meisten viel mehr, als gerade eine Wurstzeug leisten. Das war für uns ein Festtagsschmaus, der Wind hat Blasen rund ums Haus und taugen haben gleich dem Kerzenschein. Mit wem kann man so glücklich sein? Ich bin jetzt ins Hof noch runter, ich sehe ein Ball, der Prezina. Mit dem Ort denke ich heute aufgetragen, wie gut was Einfaches schmecken kann.